Hallöchen und herzlich willkommen zur 11. Sendung von ABG Info on Air, der Podcast Show. Wir haben es heute wieder Freitag. Ja, was soll ich sagen, ich bin heute wieder gut gelaunt, habe mein Training hinter mir für heute. Es lief gut. Ja, und jetzt ein Tipp, wo ich trainiere. Und zwar ist das ein kleines und feines Studio in der Gabelenzstraße. Und es gehört zum Athletenclub Altenburg, beziehungsweise es ist der Trainingsstützpunkt des Osterländer Schwerathletenverein. Link gibt es dann in den Shownotizen zur Facebook-Seite. Ihr könnt ja dort mal vorbeischauen. Ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Man ist auch nicht vertragsgebunden, nur das mal so am Rand. Was gab es die Woche noch? Wir werden jetzt mal kurz politisch. Ja, Mittwoch war Bürgerbüro unter freiem Himmel vom Landratsamt aus. Oder sollte man sagen, es war eine verkappte Aktion der Linken unter Führung der Landrätin. Oder wie ein netter und lustiger Zeitgenosse in einem Leserbrief bei uns meinte Landröthin. Die Landrätin hat sich extra mal freigenommen von 10 bis 12 Uhr, kann man so sagen, um sich die Belange der Bürger anzuhören. Unter anderem waren Themen die Kreisgebietsreform von Rot-Rot-Grün, die gegen jede Vernunft durchgedrückt werden soll, ohne Wenn und Aber. Also wie in der EU, nur im Kleinen. Ja, es soll keine Bürgerbeteiligung stattfinden. Denen ist es wahrscheinlich egal, was mit unseren Kreisen und Dörfern, Gemeinden geschieht. Das sind wir ja gewohnt. Das zweite Thema, wie soll es auch anders sein, war das Thema um sogenannte Flüchtlinge, also auch illegale Einwanderer genannt. Und da blies der Landrätin richtig Gegenwind ins Gesicht. Ja, es gab übrigens Bericht dazu und zwar in der OVZ vom 6. Juli beschwerten sich die Bewohner der Wohngebiete, dass es zu laut ist, zu dreckig geworden ist. Ja, und wie war ein schöner Spruch, den ich mal zitieren will. Normalerweise sollten sich Asylbewerber nach dem Sitten ihres Gastlandes richten, wie wir es im Ausland auch tun müssen. Doch das passiert nicht. Nord verkommt immer mehr zu einem Ghetto und wer Geld hat, zieht weg. Ja, das habe ich jetzt mal so als Satz raus zitiert. Man kann ja sagen, unsere Landrätin lebt vielleicht auf einem anderen Stern oder sollte da mal ihre rosa-rote Brille absetzen. Und zwar wurde es dann eine hitzige Debatte und irgendwann verlor dann die Frau Seuger leicht die Fassung und meinte dann zu den Umständen, dann wählen sie doch AfD. Dann wissen wir doch, woher der Wind weht im Landkreis. Sie meinte auch noch, sie lässt sich nicht verbiegen und ist überzeugt, dass sie bisher an der Flüchtlingsfrage richtig gehandelt hat. Auch muss es wohl so gewesen sein, dass sie einen Ausländer, der vor der Druckerie Müller gekniet hatte und gebettelt hat, zum Gehen animiert hat mit den Worten, sie ruft die Polizei und man muss ja hier nicht betteln. Es gibt ja für jeden Hartz IV. Was soll ich dazu sagen? Denkt euch eure Meinung. Und nur so am Rande, es bläst ihr auch vom Bürgerforum Altenburger Land demnächst weiter mächtig der Wind ins Gesicht. Das Bürgerforum ist halt immer wieder für eine Überraschung gut, also lasst euch überraschen, was kommt. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar für die Woche vom 4.7. bis 10.7. Viel Spaß beim Hören und wie gesagt, alle Informationen zu dieser Sendung findet ihr unter den Shownotizen unter www.abg-info.de slash show11 Ja, und gerade sind die Polizeinachrichten von heute eingetroffen, die ich euch nachher noch näher erläutern werde. Aber wir kommen jetzt erstmal zu aktuellen Informationen der Stadt Altenburg, inklusive Verkehrsmeldungen für die kommende Woche. Ja, und was liegt denn da so an? Ja, und zwar hat der Lebenshilfe Altenburg e.V. ein Ladenlokal eröffnet. Ja, und in der Nachricht heißt es dann, wer eröffnet in Zeiten von Internet-Einkauf, Online-Plattformen, ein Einzelhandelsgeschäft, wenn sich deren Leerstände doch sichtbar vergrößern. Die Lebenshilfe Altenburg e.V. hat den Mut und wagt einen Schritt in diese Richtung mit einem Einzelhandelsgeschäft im Zentrum von Altenburg. Neben Mut gehören ein ansprechendes Sortiment, Kundenservice und ein nicht alltägliches Angebot unterschiedlicher Artikel zum Konzept dieses neuen Einzelhandelsgeschäfts im Zentrum von Altenburg. Gestartet wird mit kreativen Eigenprodukten der Werkstatt für behinderte Menschen im Windisch-Läuber als Teil des Gesamtvereins der Lebenshilfe Altenburg e.V. Dessen Hauptverwaltung und Frühförderung man seit kurzem ebenfalls in der Kreisstadt, und zwar in der Porgstraße 1, findet. Angefangen von dekorativen Keramikprodukten über selbst gegossene Kerzen bis hin zu Artikeln aus Holz und Stoff finden die unterschiedlichsten Eigenprodukte ihren Platz im neuen Geschäft. Ja, also schaut doch einfach einmal herein in dem Lebenshilfeladen, und zwar ist er geöffnet Montag bis Freitag von 10 bis 17.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 12 Uhr in der Baderei. Ja, das ist eine schöne Aktion, finde ich, und den Link zu dem Artikel findet ihr dann in den Shownotizen. Weiter geht's. 400 Euro Spende für Johanniter Kinder- und Jugendhaus vom Freude am Laufen Team e.V. Ja, und zwar war das ein überraschender Geldsegen für die Sommerferiengestaltung. Auch in diesem Jahr unterstützt der Verein Freude am Laufen Team e.V. das Kinder- und Jugendhaus der Johanniter mit einer Spende in Höhe von 400 Euro. Mit dieser Nachricht überraschte der Vereinsvize Alexander Bräunlich kürzlich telefonisch Andreas Henske, Leiter der Einrichtung in Altenburg-Nord. Im Rahmen des diesjährigen Skatstadt-Marathons gelang es dem Vereinsteam wieder einiges am Preisgeld zu erlaufen. Und diese weitergegebenen Preisgelder kommen in der Ferienzeit genau richtig und werden direkt für die Sommerferiengestaltung der Kinder- und Jugendlichen eingesetzt. Ein großes Dankeschön gilt allen Läuferinnen und Läufern des Vereins Freude am Laufen Team e.V. für die Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses in Altenburg-Nord. Ja, und wir haben dann noch eine Meldung vom Johanniter Kinder- und Jugendhaus. Ca. 100 Besucher erlebten abwechslungsreichen Nachmittag in Altenburg-Nord und da geht es um das Johannisfest, welches bei tropischen Temperaturen zahlreiche Besucher lockte. Zahlreiche Besucher waren am 24. Juni der Einladung des Kinder- und Jugendhauses zum Johannisfest auf dem Gelände in der Liebermannstraße 53 in Altenburg-Nord gefolgt. Kurz nach 15 Uhr eröffnete Andreas Henske Leiter des Kinder- und Jugendhauses offiziell das Fest zu Ehren von Johannes dem Täufer, den Namensgeber und Schutzpatron der Johanniter Unfallhilfe e.V. Zahlreiche Angebote von Kinderschminken, Luftballon modellieren, Büchsen werfen bis zur großen Hüpfburg ließen keine Langeweile aufkommen. Der aufgestellte Wassersprenger sorgte bei den tropischen Temperaturen für das richtige Maß an Erfrischung. Eigentlich wäre es schön, wenn es jetzt mal langsam wieder warm werden würde, ne? Mit frischen Rostbratwürsten von der Fleischerei Schellenberg und verschiedenen Erfrischungsgetränken war auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Fassbrause, die Jörg Wenzel von der Gartengaststätte Poschwitzer Höhe gesponsert hatte und Zuckerwatte fanden vor allem bei den Kindern großen Zuspruch. Großen Dank geht an alle Helfer, Unterstützer und Ehrenamtlichen für das Engagement und den Einsatz, welches das Fest erst zu einem so schönen Ereignis machten. Ja, und ist doch schon ganz schön was los im Norden, ne? Und die letzte Meldung für diese Woche, ja es waren diese Woche mal etwas weniger, liegt auch daran, dass wir jetzt Ferienzeit haben. Ja, auch diese Nachricht hat es in sich. Minister Tiefensee war da, auf Stippvisite in Altenburg. Am vergangenen Donnerstag, den 30. Juni, besuchte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee zuerst die Altenburger Destillerie und Likörfabrik. Bei einem Betriebsrundgang erklärte Geschäftsführer Michael Schenk die Produktionsabläufe und gab einen Einblick in die 120 Produkte umfassende Palette. Anschließend führte seine Stippvisite weiter in den Betriebssitz der Firma OKM GmbH im Gewerbegebiet Altenburg Nordost. Tiefensee ließ sich von dem Geschäftsführer Ingolf Müller und Andreas Kraus die Ortungsgeräte vorführen und zeigte sich sichtlich begeistert. Ja, da kann ja die Schatzsuche beginnen. Natürlich gibt es auch bei anderen Anbietern gute Geräte. Wenn ihr Fragen habt dazu, einfach mal mich anschreiben oder einen Kommentar hinterlassen unter den Shownotizen. Ja, nach dem Rundgang kam vor Ort der Vorstand des Tourismusverbandes Altenburger Land e.V. zusammen und warb beim Minister um Unterstützung bei der Umsetzung länderübergreifender Aktivitäten. Oberbürgermeister Michael Wolf dankte dem Minister für den Besuch in der Stadt Altenburg. Ja, und nun kommen wir zum Verkehr. Und zwar ist heute, heute ist der 8. Juli, oh die Zeit vergeht, Mensch, wie im Fluch. Heute ist Sommerfest auf dem Parkplatz des Altenburger Marktplatzes. Ja, und zwar veranstaltet das Telefonhaus Markt 37 ein Sommerfest auf dem Parkplatz vom Markt. Und deswegen ist der komplette Markt gesperrt. Nähere Infos zur Veranstaltung am Schluss dieser Sendung. Ich hoffe, ich schaffe die Sendung noch heute bei Zeiten mal aufzunehmen. Wir haben es jetzt 3,25 Uhr. Ich spute mich da mal. Ja, die Albert-Einstein-Straße ist nächste Woche gesperrt. Im Zuge des Baufortschrittes kommt es in der Zeit vom 11.7. bis 18.7. zur Vollsperrung des Kreuzungsbereiches Albert-Einstein-Straße-Erich-Meter-Straße. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Ja, und auch in Ernberg gibt es in der Schlossstraße eine Vollsperrung. Aufgrund eines Hausanschlusses kommt es in der Zeit vom 11. bis 14.7. zur Vollsperrung des Einmündungsbereiches Schlossstraße 5 bis Stunzheiner Straße 2. Auch hier ist eine Umleitung ausgeschildert. Ja, und die Pauritzer Straße ist auch zu. Wegen Abriss eines Hauses kommt es in der Zeit vom 11. bis 15.7. zur Vollsperrung der Pauritzer Straße Höhe Haus Nummer 18. Ja, und nächste Woche Sonntag, den 17. ist die Thüringen-Rundfahrt der Frauen. Ja, und zwar gibt es da auch das Jedermannsrennen. Das beginnt 11 Uhr und soll bis 13 Uhr gehen. Ja, und die Rennstrecke verläuft über Markt, Georg-Altenburg-Straße, Johannesgraben-Schmölnsche-Vorstadt, Schmölnsche-Landstraße, Mockern, Burgersdorf, Jauern, Gölzchen, Schwanditz, Romschitz, Gören und zurück nach Altenburg über die Gera-Straße, Puschkin-Straße, beim Goldenen Flug, Lindenau-Straße, Dr. Wilhelm-Külz-Straße, Dostoevsky-Straße, Pauritzer-Straße, Prühl- und Burgstraße und dann geht es hinter der Waage weiter zum Markt. Dieses Rennen wird unter Vollsperrung des Verkehrs ausgetragen. Das heißt, dass ein Passieren der genannten Straßen nicht möglich sein wird. Und ab 14 Uhr beginnt dann die Rundfahrt der Damen, ebenfalls auf dem Marktplatz. Hier kommt es dann zu portionellen Sperrungen. Also man wird dann halt so gesperrt, wie die gerade langfahren. Ja, dazu dann nächste Woche zur 12. Sendung mehr. Wie gesagt, alle Links und Informationen findet ihr wie gehabt in den Show-Notizen unter www.abg-info.de Und nun die aktuellen Nachrichten aus dem Altenburger Land. Ja, und da gibt es auch wieder so einiges zu vermelden. Es gibt einen Kurs zur musikalischen Früherziehung für Kinder und der beginnt im Sommer und zwar am 15. August. Anmeldungen sind ab sofort möglich, so Musikschulleiterin Gabriele Herrmann. In der musikalischen Früherziehung sollen die Anlagen, die jedes Kind besitzt, entwickelt werden. Lerninhalte sind unter anderem Singen, Sprechen, Bewegung, Tanz oder Musik hören. Aber auch Instrumente werden kennengelernt und elementares Instrumentalspiel angeboten. Der Kurs ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und wird Montag 17.15 Uhr, Dienstag 16.30 Uhr und 17.30 Uhr und Donnerstags 17.15 Uhr angeboten. Die Unterrichtszeiten sind für einen wöchentlichen, einmaligen Besuch in der Musikschule gedacht. Anmeldungen sind unter 03447 31 50 55 oder online unter www.musikschule-altenburg.de möglich. Ja, ihr braucht das jetzt nicht mitschreiben. Das findet ihr dann alles auf unserer Webseite unter den Show-Notizen. Und wir haben von der Arbeitsagentur eine Meldung bekommen, dies betrifft den Arbeitsmarkt im Juni 2016 für das Altenburger Land bzw. den Arbeitsamtsbezirk Altenburg-Gerra. Aktuell sind 14.418 Menschen arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rückgang um 4,2% gegenüber Mai 2016 und ein erneuter Rückgang um 11,4% gegenüber Juni 2015. Arbeitslosenstatistik sinkt im Agenturbezirk auf 7,5% und liegt damit 0,9% unter dem Wert des Vorjahres. Ja, und im Geschäftsstellenbezirk Altenburg gibt es Folgendes zu vermelden. Die Arbeitslosigkeit hat sich vom Mai auf Juni um 140 auf 4.065 Personen verringert. Das waren 720 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juni 8,6%. Vor einem Jahr belief sie sich auf 10%. Dabei meldeten sich 786 Personen neu oder erneut arbeitslos, 70 mehr als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 924 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 4.916 Arbeitslosmeldungen. Das ist ein Minus von 483 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem gegenüber stehen 5.408 Abmeldungen von Arbeitslosen. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Juni um 28 Stellen auf 903 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 361 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Juni 166 neue Arbeitsstellen, 65 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1.343 Arbeitsstellen ein. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 238. Die Firma Jobcenter Altenburger Land meldet folgende Zahlen. Im Jobcenter Altenburger Land gab es im Juni 5.417 Bedarfsgemeinschaften mit 8.828 Leistungsempfängern. Im Vormonat waren es 5.501 Bedarfsgemeinschaften mit 8.907 Beziehungen von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld. Gesunken ist auch die Zahl der registrierten Arbeitslosen. Aktuell sind beim Jobcenter Altenburger Land 3.032 Personen arbeitslos gemeldet. Im Vormonat waren es 3.113. Ja, damit es jetzt nicht langweilig wird, haben wir auch noch was für den Ausbildungsmarkt im Juni. Es gab etwas weniger Ausbildungsstellen, aber mehr Bewerber als im Vorjahr. Verhältnis von Bewerbern zu angebotenen Ausbildungsstellen bleibt mit 1 zu 1,2 weiterhin unausgewogen. Die Chancen für die Jugendlichen bleiben gut. Insgesamt ließen sich bisher 1.716 Jugendliche für eine Ausbildungsstelle bei der Arbeitsagentur Altenburger Registrierung. Dem gegenüber stehen 2.117 gemeldete Ausbildungsplätze. Naja, dann schauen wir mal, wie es nächsten Monat aussieht. Ich habe jetzt hier andere Zahlen mal weggelassen. Das könnt ihr aber, wie gesagt, nachlesen unter www.abg-info.de Da sind dann die Links zu den jeweiligen Nachrichten. Ja, und aus Schmölln erreichte uns noch folgende Nachricht. Mit allen Sinnen erleben können die Knörpse des Kindergartens Kastanienhof ihre Umwelt nun noch intensiver. Am 5. Juli wurden letzte Handgriffe vom Mitarbeiter des Kommunalservice Schmölln, Jörg Prentl, gemeinsam mit den Kindern der Einrichtung an den neuen Spielgeräten vorgenommen und diese von den Kleinen sofort mit Begeisterung in Beschlag genommen. Aus den Sachkostenzuschüssen für Integrativkinder konnten diese Spielgeräte nun angeschafft werden. Bettina Tuch, Leiterin des Kastanienhofes, freut sich gemeinsam mit den Kindern, denn nun verbessert sich die Wahrnehmungs- und Sinnesschulung dieser Kinder. Die Kleinen erfahren und erleben dadurch ihr eigenes Ich und die Umwelt. Ja, und so erschließen sich dann die Kinder ihre Welt. Nicht nur für die Integrativkinder, sondern für alle Kindergartenkinder ist es nun ein Erlebnis, mit Klängen zu spielen, Töne zu erzeugen und zu erleben, optische Effekte durch verschiedenste Spiegel zu bestaunen. Ja, und das war's schon mit den Nachrichten aus Altenburg in dem Altenburger Land. Nach dem Intro geht's dann weiter mit Sport, den Polizeinachrichten und ein paar Kulturtipps. Lasst euch überraschen. It's the Summer Highlight Ja, und nun kommen wir zum Sport. Die Nordic Walker waren mal wieder auf Abwegen. Die Sportler der Abteilung Nordic Walking tauschten die Stöcke gegen Paddel und unternahmen eine Kajaktour auf der Zwickauer Mulde. Die 13 Teilnehmer legten den Weg von Waldenburg bis Wolkenburg zurück und merkten schnell, dass das sonst so beschauliche Flüsschen durchaus sehr strömungsreich ist. Nach knapp zweieinhalb Stunden hatte man die Strecke dann aber doch bezwungen und stieg sicher aber etwas feucht aus dem Boden. Bei einem kleinen Picknick erfolgte eine Gaudi-Siegerehrung durch Edith und Uwe und nachdem noch über Gott und die Welt geplaudert wurde, traten alle froh gelaunt die Heimreise an. Das war die erste Meldung vom Sport. Neues gibt's auch vom ZFC. Tony Bär wird Trainer des ZFC-Frauenteams. Mit Beginn der Saisonvorbereitung auf die neue Saison der Landesklasse wird das Frauenteam des ZFC von Tony Bär trainiert. Seine sportliche Ausbildung bis hin zum Stammspieler in der Landesklasse absolvierte der 29-Jährige beim ZFC Meuselwitz und ist somit quasi ein Eigengewächs. In den letzten Jahren war er für den benachbarten SV Spura aktiv, wurde aber durch einige Verletzungen mehrfach zurückgeworfen. Wir freuen uns, dass er sich diese Herausforderung stellt und glauben, dass er die Erwartung, das Fußballerische zu stärken, optimal umsetzen wird. Assistiert wird Tony Bär von Mandy Lochmann als spielende Co-Trainerin. Steffen Rote wechselt als Mannschaftsleiter in die zweite Reihe. Ja und das war's noch nicht vom ZFC. Wir haben noch eine Meldung reinbekommen. Ja und zwar findet wieder ein Länderspiel in der Blue Chip Arena statt. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte wird die Blue Chip Arena des ZFC Meuselwitz Austragungsort von gleich zwei Länderspielen. Am 11. September 2016 treffen im Rahmen eines U17 kommen mit vier Nationenturniers um 11 Uhr zuerst die U17-Nationalmannschaften der Niederlande und Israels aufeinander und danach die U17-Mannschaften von Deutschland und Italien. Die Eintrittskarten werden zum Preis zwischen 2 und 5 Euro jeweils für beide Spiele gelten. Jugendsammelbesteller aus Schulen und Vereinen erhalten bei Bestellung über den Thüringer Fußballverband die Karte zu einem Euro. Über die genauen Modalitäten des Kartenverkaufs wird demnächst separat informiert. Ja und die Thüringer Gewehrschützen in Meuselwitz waren wieder erfolgreich auf der Jagd nach Rekorden. Am vergangenen Wochenende trafen sich Gewehrschützen aus ganz Thüringen auf dem Meuselwitzer Schießstand zur Landesmeisterschaft mit dem Kleinkalibergewehr. Auf der 100 Meter Bahn schossen besonders die Senioren rekordverdächtig und überzeugten im landesweiten Vergleich. Bei den Senioren B gewann Rainer Rüffler vom SV Luka mit 286 Zählern ganz souverän und Wolfgang Schuhknecht, ebenfalls SV Luka, holte mit überragenden 299 Treffern bei den Senioren C die Goldmedaille und knackte den Landesrekord. Ja, mehr dazu auch in der aktuellen Nachricht. Den Link dazu in den Shownotizen unter www.abg-info.de. Ja und rekordverdächtig geht es auch bei den Polizeimeldungen dieser Woche zu. Diese werden wie immer präsentiert von Fahrenfetzt, eurer Fahrschule im Altenburger Land. Da haben wir erstmal die Meldung vom 2. zum 3.7. Ja und da wurden Straftaten dank eines Bürgerhinweises aufgeklärt. Nach einem Bürgerhinweis stellten Beamte der PI Altenburger Land am Freitag gegen 23.30 Uhr einen Pkw Renault Megane ohne amtliche Kennzeichentafeln fest, welcher in Meuselwitz an der Polyklinik stand. Im Rahmen der folgenden Fahndungsmaßnahmen konnte der 35-jährige Nutzer ermittelt werden. Es erhärtete sich der Verdacht, dass er den Renault zuvor unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet und durchgeführt. Zudem war der Pkw nicht zugelassen, nicht versichert und der Fahrer besaß keine Fahrerlaubnis, so dass die Beamten weitere Ermittlungsverfahren eröffneten. Ja und in Altenburg wurde eine Straftat vorgetäuscht. Am Samstag gegen 18.40 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Opelfahrer die Albert-Levy-Straße in Altenburg und bog in weiterer Folge nach links in die Siegfried-Flag-Straße ab. Während der Kurvenfahrt verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam der Rest von der Straße ab und blieb im angrenzenden Gebüsch stehen. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Nach Angaben des Fahrzeugführers hatte ihm zuvor ein anderer Pkw die Vorfahrt genommen, wodurch der Unfall passierte. Jedoch konnten Zeugen ermittelt werden, welche aussagten, dass kein weiterer Pkw eine Rolle spielte. Des Weiteren stand der Opelfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurden Strafverfahren unter anderem wegen Drunkenheit im Straßenverkehr und das Vortäuschen einer Straftat eingeleitet. Ja und die Polizei meldete am 4.7. uns folgendes. Es wurde im Fockendorf Diebesgut aufgefunden. Am 3.7. wurde in der Straße der Freundschaft ein 20-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Bei der Nachschau wurde festgestellt, dass die Rahmennummer manipuliert war. Es konnte ermittelt werden, dass das Fahrrad aus einer Diebstahlhandlung stammte. Des Weiteren führte der 20-Jährige einen Rucksack mit sich, in welchem sich ein Baustellenradio der Marke Makita befand. Auch das stammte aus einer Diebstahlhandlung. Eine Ermittlungsverform wurde aufgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme wurde der 20-Jährige wieder entlassen. Ja und in Nobiz gab es mal wieder einen Unfall. Da kollidierte ein Pkw mit einem Baum. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 3.7. gegen 15.20 Uhr im Industriegelände. Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw-VW kam in einer Rechtskurve aufgrund von regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie beschädigte dabei einen Straßenbegrenzungspfeiler und kollidierte anschließend mit einem Baum. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Und die Polizei kontrollierte in Altenburg auch mal wieder die Geschwindigkeit, wie so oft. Durch die Polizei wurde am 3.7. in der Ortslage Schaschelwitz B93 die Geschwindigkeit kontrolliert. Bei 735 durchgefahrenen Kraftfahrzeugen wurden 76 Überschreitungen festgestellt. Bei erlaubten 50 kmh war ein Pkw-Fort mit 90 kmh der Spitzenreiter. Unwesentlich langsamer war ein BMW mit 87 kmh. Insgesamt müssen 3 Fahrzeugführer mit einem Fahrverbot rechnen. 21 Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld und 55 Fahrzeugführer erwartet ein Verwarntgeld. Ja, und nun geht's weiter zum 5.7. Da wurde in ein Reihenhaus in Lugga eingebrochen. Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 3.7.2016 gegen 17.30 bis zum 4.7. gegen 6.20 in ein Reihenhaus in Lugga in der Altenburger Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten mehrere Räume. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dieser Straftat gemacht haben, sich mit der nächsten Polizeidienststellung in Verbindung zu setzen. Ja, und man ist es ja nun langsam auch gewohnt, es wurde ein Opelfahrer unter Drogen erwischt. Bei einer Geschwindigkeitsmessung am 4.7. gegen 19.25 fiel Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land ein Pkw Opel Corsa auf, welcher die Zeit zur Straße zu schnell befuhr. Bei der Kontrolle des 29-jährigen Fahrzeugführers wurde zudem festgestellt, dass dieser unter berauschenden Mitteln stand. Bei dem Fahrer wurde nach richterlicher Anordnung eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ja, und am 6.7. gab es gleich zwei Einbruchsmeltungen. Und zwar versuchte Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Rositz. Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 4.7. gegen 18 Uhr bis zum 5.7. gegen 16.50 in der Karl-Marx-Straße an der dortigen Eisdiele einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Mittels unbekannten Werkzeug wurde versucht, an der rechten Seite den Zigarettenautomaten aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dieser Straftat gemacht haben, sich mit der nächsten Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. In Altenburg wurde dagegen in einen Werkzeugcontainer eingebrochen. Im Zeitraum vom 4.7. zum 5.7. brachen unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Ortslage Ehrenberg einen Werkzeugcontainer auf. Mittels unbekannten Werkzeug wurde die Tür aufgehebelt und zwei 11 Kilo Propankasflaschen mit je zwei Armaturaufsätzen für Propan und Sauerstoff entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter 034474710 melden. Ja, und am 7.7., also gestern, meldete uns die Polizei, dass in Schmölln ein Ladendieb gestellt wurde. Gegen 8.45 Uhr wurde eine 29-jährige albanische Asylbewerberin in der Bergstraße im Aldi-Verbrauchermarkt beim Ladendiebstahl gestellt. Die 29-Jährige hatte Bekleidung und Spirituosen im Wert von 31,64 Euro eingepackt und wollte ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Dabei wurde sie von einer Mitarbeiterin gestellt. Da sie sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei gerufen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Und zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Oberlötler und Rositz. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 06.07. gegen 15.35 Uhr auf der B180 zwischen Oberlötler und Rositz. Mehrere Fahrzeuge befuhren die Straße in Richtung Rositz. In der Senke zwischen Oberlötler und Rositz bog ein Fahrzeug nach links ab. Eine dahinter fahrende 57-jährige Fahrerin eines PKW-BMW bremste ab. Hinter dem BMW fuhr eine 62-jährige Fahrerin eines PKW-Seat und bemerkte das Abbremsen zu spät. Sie stieß seitlich versetzt gegen das Heck des BMW, kam der Rest von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der PKW-Seat musste abgeschleppt werden. Ja und heute, ich hatte ja schon berichtet, dass sie vor uns gerade reinkamen. Ja und zwar wurde wieder ein Ladendieb gestellt. Am 07.07. gegen 14.20 Uhr wurde ein 29-jähriger Altenburger in der Lötlerer Chausee im dortigen Baumarkt beim Ladendiebstahl gestellt. Der 29-Jährige hatte vier Jalousien in der Außenanlage des Gartenzenters über den Zaun geworfen, um sie später abzuholen. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter des Marktes beobachtet. Die Tat wurde zugegeben. Gleichzeitig räumte er ein, in der Vergangenheit bereits drei Werkzeugkisten im Markt entwendet zu haben. Bei der Nachschau in der Wohnung des 29-Jährigen wurden die Werkzeugkisten aufgefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ja und Dieseldiebe waren auch mal wieder unterwegs und zwar in Löbischau. Im Zeitraum vom 06.07. zum 07.07. haben unbekannte Täter aus einer Arbeitsmaschine im Wismutgelände ca. 300 Liter Diesel entwendet. Offenbar mittels Nachschlüssel wurde der Tankdeckel geöffnet und aus einem Volvo-Bagger der Diesel entwendet. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich bitte bei der PI Altenburger Land unter 034474710 melden. Ja und die letzte Polizeimeldung für diese Sendung lautet Brand auf einem Stoppelfeld. Am 07.07. gegen 18.30 wurde die Feuerwehr und die Polizei alarmiert, da auf einem bereits abgeernteten Getreidefeld ein Brand ausgebrochen war. Es brannte eine Fläche von ca. 100x100 Metern. Durch die Feuerwehr wurde der Brand schnell gelöscht. Eine Brandursache konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Ja und das war nur eine Auswahl von Polizeimeldungen. Weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abgnewsinfo.de in der Rubrik aktuelle Polizeinews nachlesen. So, ja und nun nähern wir uns dem Ende dieser 11. Sendung von ABG Info on Air. Ja, natürlich möchte ich die Veranstaltungstipps nicht vergessen. Ja, was haben wir da heute für euch? Das Telefonhaus in Altenburg auf dem Markt wird neu eröffnet mit einem Sommerfest. Heute von 15 bis 22 Uhr seid ihr alle eingeladen zur Neueröffnung vom Telefonhaus, welches gemeinsam mit einem Sommerfest gefeiert wird. Ja, man kann in Liegestühlen einen Cocktail von der Strandbar trinken, Musik mit Sommerbeats lauschen und kann sich mit kulinarischen Sachen verwöhnen lassen. Ja, Hamburger Bratwurst. Ja und für die kleinen Besucher gibt es eine Hüpfburg, eine Rollenrutsche und einen Sandspielplatz. Übrigens kommt auch Thomas Katruzahn. Er hatte dieses Jahr ja bei einer Show mitgemacht. Ja und der nächste Veranstaltungstipp, wie soll es auch anders sein, ist das Sachsschmöllen. Heute ist this fucking night, ja und heute ist für jeden was dabei. Es heißt so schön, du wolltest schon immer mal im Mittelpunkt stehen. Alle Blicke sollen auf dich gerichtet sein. Du willst eine Partynacht, die du nie wieder vergisst? Dann komm ins Sachsschmöllen. Heute wirst du gefeiert und was wird denn geboten? Es gibt einen freien Eintritt bis 23 Uhr für alle. Ladies im Kleid und Männer im Hemd bekommen den ganzen Abend Eintritt. Es gibt ein Gewinnspiel, da kann man was von Red Bull gewinnen. Und im Mainflur spielt DJ Pip. Was gibt es diese Woche noch? Es gibt das Feuerwehrvereinsfest in Prösdorf. Das beginnt am 9.7. um 14 Uhr bis 10.7. Veranstaltungsort ist die Parkwiese in Prösdorf. Ja und am morgigen Samstag, den 9.7. ab 20 Uhr legt der Steve Wynn für euch zum Tanz auf. So und auch noch ein Hinweis vom Stausee-Voggendorf. Da findet am Sonntag den 10.7. ein Gartenkonzert statt mit den Marbacher Mühlenhofmusikanten. Beginn ist 15 Uhr, Ende ist 17 Uhr. Nähere Infos unter www.stausee-voggendorf.de Ja und bald ist es soweit. Flugplatz in Flammen wirft seine Schatten voraus. Das Datum für das diesjährige Feuerwerksspektakel im Altenburger Land steht. Ihr könnt euch schon mal den 6. und 7. August vormerken. Und zwar findet die Veranstaltung auf dem Gelände des Flugplatzes Altenburg-Nobitz statt. Ja die Highlights wären am 6. August. Da gibt es verschiedene Kinderanimationen. Ballonaufstieg, Feuerwehrrundfahrten, Rundflüge, Ballonklün, Laserschuhl, Lampionumzug. Es gibt internationale Feuerwerke. Und dann spielt die Band Wedgestone Live. Die Highlights für den 7. August wären dann der musikalische Frühschoppen. Es gibt auch wieder Kinderanimationen. Auftritt von Comovento, Klaus und Glücki. Rundflüge werden angeboten, genauso wie Feuerwehrrundfahrten. Die Guckemusik spielt und RB2, die Kultband aus Sachsen spielt auf. Es gibt ein Salutschießen und Tagesfeuerwerk zum Abschluss. Ja ihr werdet jetzt in der nächsten Sendung immer mal was von dieser Veranstaltung hören. Wir werden auch eine Verlosung machen. Dazu dann aber mehr in der nächsten Show. Und das war es eigentlich schon für heute. Mehr Veranstaltungen haben wir im Moment gar nicht. Ja und wenn ihr eure Veranstaltung promoschen wollt auf www.abg-info.de oder über die Sendung hier, dann nehmt mit uns Kontakt auf. Ja wir freuen uns ganz einfach damit. Ja und habt ihr, meine lieben Zuhörer, irgendwelche Mitteilungen an uns oder an mich, dann schreibt die doch in die Kommentare unter den Show-Notizen oder per Mail. Die Show-Notizen übrigens findet ihr unter www.abg-info.de Ja ich danke euch fürs Zuhören und ich werde mich jetzt mal auf den Markt begehen zum Sommerfest und zur Eröffnung vom Telefonhaus. Ja und dort könnt ihr auch immer gute Angebote finden und das Team vom Telefonhaus ist jederzeit für euch da. Alles klar, bye bye, bis nächste Woche, eure Uni.